Freitag, 17. August und Samstag, 18. August findet St. Gallerfest statt. Deiner Ergang speziell mit einer Karoque-Bühne. Ich hoffe, ihr seid dabei in der Gallo-Strasse, wenn es heisst, Gäste singen für Gäste. Also vergessen das Datum nicht, 17. August und 18. August, St. Gallerfest 2018, ab 19.00 Uhr treffen wir uns in der Gallo-Strasse auf der Karoque-Bühne und bis dorthin wünsche ich euch schöne, schöne Sommertage.